Die Trends sind ganz klar, dass Metro und Railway sich in den Städten der Welt hervorragend entwickelt. Wir können im Tunnelbau von einem goldenen Zeitalter sprechen. Noch nie sind so viele Tunnel und so ehrgeizige Tunnelprojekte auf der Welt durchgeführt worden. Herrnk nicht stellt Tunnelbohrmaschinen her und zwar genauso wie die Projekte des Bauern. Das sind alles Unikate und wir helfen den ambitionierten Bauherren und den Bauunternehmen, diese Tunnel auch schnell im Budget und in der Zeit zu bauen. Welche Regionen der Welt sind die Tunnelbohrmaschinen?